Ein spontanes Raunen. Das waren drei. Und wann ist es geschehen? Für euch vier Kugeln. In die Höhe. Vanille, Schuppe oder Erdbeer? Alles Vanille. Wollt ihr das sehen? Ja, lieber Kaspar. Wollt ihr das wirklich sehen? Ja, lieber Kaspar. Also gut, ihr drei. Dann fang ich nun an. Alle vier Kugeln zugleich gehen Himmel. Jubel einblenden. Trefflich. Und so könnte man sich nun fürstellen, dass jenes Spiel mit vier Kugeln noch schneller zu Irritationen führe. Rasch. Ad Parallelum. Aha. Sollte dieses wiedererwartend aus dem Ruder laufen, so seien sie noch einmal geordnet. Galileo. Handgeklapper. Kinder in die Höhe. Ein Griff in den Huch. Oh. Bis gerade war ich noch der Schönste hier. Hau ab. Bis gerade war ich noch der Schönste hier. Du bist der Schönste. Verschwinde. Du bist der Schönste. Jetzt. 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 Unter uns. Ihr müsst den Esel mal füttern. Da gucken ja schon die Knochen raus. So. Ja. Ein Raunen. Ein Hu. Hey. Ich mache das Programm. Ein Hu. Ein Hu. Ein Hu. Ein Hu. Ein Hu. Ein Hu. Also Volk. Für alle die, die es bis jetzt ignoriert haben. Ich habe jetzt hier fünf Kugeln. Uiuiuiuiui. Ja. Jetzt sagt der eine oder die andere, das sind doch sieben. Ja, das stimmt. Aber das hier sind fünf. Also. Zwei aus Holz. Zwei aus Holz. Klassischer Fall von Ausmusterung. Also jetzt. Für euch ein Wunder. Für dich auch, wenn du nicht wegläufst. Fünf Kugeln. Gegen die Sonne. Uiuiuiuiui. Asper. Heiheihei. Parola. Pulminantes Abschließendes. Uiuiuiuiui.